Ja, wenigstens haben wir jetzt da auch wieder gesucht. Wer ist jetzt der Gejagte, hä? Ja, gut. Sind wieder Wohnflächen frei in der Stadt. Ach, deswegen habe ich so eine klasse Wucht. Ich wollte eigentlich mit dem Revolver schießen, nicht mit der Schuffle. Ja, das lief doch super. Ja. Ich glaube, da ist noch einer. Komm, steck mal dein Köpfchen. Oh! Schau mal ganz kurz. Stopp! Ach, das wäre so schön gewesen. Ach, guck mal. Da ist er doch. Abstehen. Abstehen. Okay, wir können gehen. Für die eine Waffe haben wir fast keine Munition mehr. Aber wie kommt das? Ich weiß auch nicht. Dabei hast du auch extra so viel für mich gekauft. Nee, nee, das war die Munition für das scharfischsten Gewehr. Ach so. Hm. Ja. Ich sollte in die Stadt gehen und neue kaufen. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. Schafe und Ziegen. So, schön. Karte. Cool, jetzt haben wir 60 Dollar Schulden. Kopfgeld. Das geht ja noch. Dafür, dass wir die halbe Stadt verwüstet haben wegen ein paar Schafe. Ja. Ja. Okay, girl. Ich bin's. Ich bin da, wer noch? So. Äh, spiegeln. Du bist ein bisschen zweckig, Schatz. Ein paar Blutsprinzeichen hier, ein paar Blutsprinzeichen da. Ja. Wir hätten doch ein schwarzes Pferd kaufen sollen. Und hier. Hast du dir verdient. Du kannst das... Ach nee, kannst du nicht. Was? Das Fell. Hast du das noch? Kannst du das nicht dem Lager spenden? My boy. Ja. Du wie auch. Äh. Pferde-Inventor? Äh. Wegwerfen. Shit. Hier fällt schlecht. Wieso ist das schlecht? Kann ich auch dann nicht nehmen. Na ja, wie lange hatten wir das jetzt auf dem Pferderücken? Ach komm. So schnell wird auch Fell nicht schlecht. Hm. Ist das der Plan? Für jetzt. Und wenn wir stoppen? Wenn wir nach Paris kommen? So, wir moving? Ja. Wir stoppen. Wenn wir irgendwo sensiblen, schenken diejenigen, die uns folgen, und schlafen. Das ist schlafen? Wir schlafen. Wir schlafen in ein paar Körpers. Ich meine es. Wir haben sogar die Delusion von einem anderen Körpers. Wir versuchen nur zu überleben, Hosea. Wir haben keine Wahl. Das wird bald enden. Das stimmt. Wie normalerweise. Wie normalerweise. Micah hat mir gesagt, von einem Ort, wo wir schlafen können. Schau mal. Dewberry Creek, sagte er. Okay. Vielleicht kannst du und Charles mal schauen, von jemanden du findest, bevor die ganze Menge uns in die, zu sehen. Und wie werden wir das tun? Ich weiß nicht. Starten. Es sieht aus, wie ich mich als ein Erwin-Boll. Du hast mich als mein Sonn. Du schaffst, weil ich schaffst. Ja, aber sind wir nicht schon die ganze Zeit der Laufbursche von irgendwem? Ja. Also. Und ganz ehrlich, das Lager da, war wirklich nicht gut versteckt. Na ja, mitten im Wald. Na ja, das war mehr in Auferlichtung, oder? Neben so'n Wanderweg da. Ja gut, aber überall, sonst sind keine Bäume. Doch, da ist ein Baum. Guck. Daneben wäre es natürlich ein viel besseres Versteck. Ja, mitten. Hier. Perfekt. Was macht denn mein Pferd, eh? So. So, we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And, there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than blow down criminals. Which, we are. You don't have to tell me. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it, it's running. Call it what you want. I don't know. Now hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Hold up a second. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain neither. Well, let's take a look around. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. You see it? You see it? You see it? You see it? Yeah, yeah. Yeah, but here is he really. Here will he look at? Will he look at? Will he look at? Will he look at? We'll see it first. Ah, yeah. He's been shot. Looks like trouble got here before us. Photographier. The light. The light. In the direction? No. Any issues? No. 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 Der wurde offensichtlich im Bauch geschossen. Warum ist das ganze Gesicht rot? Äh, Vögel. Tatsächlich gehen Aas, Geier oder so weiter immer auf die Weichsteile zuerst. Also Augen und so weiter, Zunge. Ah. Da kennt sich jemand aus. Ja. Ich möchte ja nicht dein Vorgartensee machen. Keine Sorge, ich nutze das vom Nachbarn. Ah, gut. Er kommt direkt auf mich zu. Okay, nee. Ist mein Kumpel. Blut? Dosen-Mais. Gott sei Dank, endlich wieder Dosen-Mais. Äh. Dosen-Gemüse. Noch mehr Dosen-Gemüse. Was macht er da? Dehnübung? Der schnüffelt da irgendwie rum. Noch wirklich viel los ist hier nicht mehr. Wie konnte ich diese Sicht machen? Diese Sicht? Ja, man konnte doch irgendwie... Ja, diese. Das sieht mir normalerweise noch irgendwie Spuren. Oder nicht? Nee. Ja, ich weiß, welche du meinst, aber ich weiß nicht mehr, wie die geht. Äh, nein, das war das Tagebuch. Irgendwie... R1, R2 gleichzeitig oder sowas? Oder R1, L1? Äh, nein. Gut. Ich gebe keine Tipps mehr. Äh. Arthur. Ah. L3 und L. Zwei. Nee. Was? Okay. L3 und... L3 und L... L3 und R3. Okay, okay, okay. Boah. Ach. Wow. Schieß auf ihn! Schieß auf ihn! Nee! Sie ist bewaffnet! Okay. It's okay. Come out of there. Boah, hat die einen Sonnenbrand, das Mädel. Guck mal, das kleine Dicke ist ein Deutscher. Ja, grösti! Das scheint ein Bayer zu sein. Ja. Ich bin voll voll Schucki. Was, du ab, Rätsel? Was, du ab, Rätsel? Nein. Jetzt geh auf, geh raus. Geh, wir brauchen das Land. Geh! Geh, wir brauchen das Land. Geh, wir brauchen das Land. Die ist jetzt frei. Wer hat das? Männer, letzte Nacht. Ja. Woher haben sie sie? Das ist kein Business von ours. Ich spreche nicht sogar ihre Sprache. Du bist nicht so hart und intensiv und so. Wie habt ihr das dann verstanden, was sie erzählt haben? Weil die Tochter Englisch spricht. Ach so. Die Tochter spricht Englisch. Ja, gut. Die hat gerade auf Englisch gesprungen, glaube ich. Wie, und jetzt gehen die einfach wieder? Ach nee, die folgen denen. Nee, wir folgen jetzt halt den, genau. Wir befreien den... Vater. ...Deutschen. Den Deutschen. Weiß ja gar nicht, ob der Vater auch deutsch ist. Das ist da ja. Vielleicht ist das ein Holländer. Schubs. Schubs. Dann denken wir. Schubs. Vielleicht, du kennst mich nicht, wo du fachst, du Junge. Hey! So, was passiert mit diesen Pinkertons, wenn du mit Jack fischst? Der Links hat doch immer Vorfahrt, also, zu Recht. Ja. Willst du hier näher schauen? Schups, von der anderen Seite. Ich habe immer Vorfahrt. Ja, weil es deinen lang geht. Ja. Wie disappeared on you? Äh. Schnucki war, äh, dreckig. Ja, da, da, da. Ja. 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 Ja, das Geld für die Schafe müssen wir auch noch abholen. Hm. 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 Schön, den Dialog so gestückelt zu hören. Ja, und dann haben sie... Geht doch nichts um ne gute Story. Ein ganzes... Guck mal. Ich glaub, das ist er. Ich glaub... Er ruft Hilfe, als ist er deutsch. Pau. 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 Vielen Dank. Wir haben sie sie gefunden. Das dem nicht schlecht wird bei dem den ganzen Tag, wo wir überspringen. Geht so vielleicht 1,80. Ich hab das für sie. Einen Moment, ähm. Belohnung. Wie, nicht mehr? Vielen Dank, herzlichen Dank. Einfach mal so ein Goldbarn. Ja. Was man halt so in der Tasche hat. Ja. Ach, ist das nicht schön, wenn man anderen helfen kann. Ganz uneigennützig. Wir waren jetzt die ganze Zeit nur dort in gesessen. Ja. Wenn die anderen ihre Sachen und unsere Sachen zusammengepackt haben und hergekommen sind. Na ja, ungefähr 10 Meter weiter. Sicher? Wir können ja gleich mal auf die Map schauen. Ja, so weit sind wir doch gar nicht geritten, oder? Oh, Kapitel 3 schon. Mensch. Wie viel Kapitel hat das? Keine Ahnung. Du wüsst dich jetzt so aus dem Kopf nicht. Ich geh mal mal 10. 10 ist eine gute Zahl. Sind wir ja schon richtig weit. Nein. So, da sind wir jetzt. In eine bessere Zukunft. Hey. Naja, von da nach da. Ja. Von da ungefähr nach da. Oh, vielleicht haben wir jetzt mal die Chance, unten die Karte aufzudecken. Ja, hier haben wir aber auch Kopfgelder um 50 Dollar, oder? Ja, na ja. Wir kommen halt rum. Bisschen beliebt. Da ist sie. Morgen. Morgen. Wie hast du dich aufgenommen? Es ist wie ein Nachtmärz, die ich auswählen kann. Du wirst besser werden, Frau Sadler. Tja, nicht wahr? So fühle ich mich auch, wenn ich dich sehe. Hey, Dutch. Oh, Disney Quest. Weg, weg, weg. Nein. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen... Ach so, wie der dieses hässliche Kind. in Pennsylvania. We're fighting this block. I ever tell you that? Many times. Da auf mir doch nicht hinher, Mensch. Orientiert. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualty. Gibt es da auch diese anhänglichen Leute? Hm, nervig, ne? Ja. Wieso kann ich mir keine Zurufe holen? Die ist, glaube ich, erst mittags fertig. Das wollten wir schon mal. Aber da ist doch schon was drin. Die ist aber noch nicht ganz aufgewärmt. Ist mir roh, wasch dich hier. Es ist auch roh. Hey, old girl! Come on down here! Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good. Oh, no, that's Dutch. Always dream crushing and bubble bursting you. Come on, Hosea. Ich glaube, das ist nicht deins. Come on, then. Ich glaube, das ist nicht deins. Es könnte aber mein sein. Mhm, mhm. Ja, die frische Luft und so. Viel besser als da drüge. Mhm. 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 Du meinst, in der Stadt, wo wir sowieso schon 50 Toll-Auf-Kopfgeld haben? Ja. Okay. Aber start turning over the soil and the rocks. Mhm. 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 Dann werden die das nächste Mal mehr fischen. Ja, kann man doch eben dahin reiten. Ja, sollte ich noch schaffen. Aber ich dachte wirklich, der Dutch wird doch gesucht. Und dann müssten doch alle Gesetzeshüter irgendwie, egal ob wir uns ruhig verhalten oder nicht. Nee, das ist nur eher so regional bedingt, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist, aber wenn man in einen anderen Staat zum Beispiel geht oder so. Dann hat man wieder eine weiße Weste. Ich habe keine Ahnung, oder was? Ja, ja praktisch. Deshalb ziehen die alle so viel um. Ja, keine Waffen mehr. Ich schaffe ihn auch. Ja, jetzt hast du mehr drin. Äh. Aber... So. Ja. 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 Hallo, früß. Na, schau mal, schau mal. Na, schau mal die Brücke. Ich habe mich in einem Ort zu verbrechen. Schau mal da. Na, 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 schau mal. Ich habe mal Stopp gemacht, ne? Das war eine gute Idee, das noch auszulösen. Ja. actively helst zu lösen. Ja. Äh... Das war's für heute.